Geht es auch schon los. Wir wollen heute die Dämmerung machen. Ich bin der Fidi und ich sag deswegen erstmal Moin Moin. Und das sag ich zu jeder Zeit. War das aber nicht heute ein richtig geiles Wetter? Oder wart ihr heute nur drin? Oder wie sah es bei euch aus? Nicht so schön. Krone, brauchst du noch was im Turm? Sonst sag Bescheid, wenn du gelandet bist. Nicht, dass du doppelte Ladezeit kriegst. Neue Monarchie. Sehr wichtig. Steht auf dem Paket. Neue Monarchie. Sehr wichtig. Steht auf dem Paket. Neue Monarchie. 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 Die Gefallenen in der Ishtar-Senke auf der Venus haben wohl das Gefängnis der Alten im Riff geblendet. Das Kopfgeld der Königin ist hoch, also ist er mächtig. Wir müssen ihn finden, bevor sie seine Seele wiederherstellen können. Schnell wiederherstellen. Hallo Tuner, schön, dass du ein Geschei gedacht. Ja, hier geht es heute nochmal an die Dämmerung. Auch wenn sie sich nicht lohnt, man kann sie trotzdem machen. Ist ja nur eine kleine Herausforderung dann. Ah, das hat mich so viel gedacht. Ja! 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 Ja, sicher! Krone, du bist... Ich wollte gerade mal spielen, ich habe aber verloren. Ein Hallo an die weiteren Zuschauer, ihr könnt auch gerne euch im Chat bemerkbar machen. Ja! 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 Ich bin gleich da. Ja! 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 Das ist schon ein Schwerer, das ist ein Schwerer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben uns das mal zu zweit ein bisschen schwer getan, aber es sollte eigentlich auch gehen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.